challenge nicht bestanden okay spaß beiseite ich bin dann hier worum ging es ihr solltet versuchen 40 gleichzeitige zuschauer innerhalb meines vampire dawn streams zu erreichen beziehungsweise von einem der drei und der erste war noch relativ aktiv da haben es noch viele versucht denke ich mal da sind wir auf 32 gleichzeitige zuschauer gekommen einmal hier und einmal hier zwischendurch haben dann wieder welche ausgemacht und angemacht so ganz hundertprozentig lässt sich das natürlich immer nicht darstellen weil manche haben ungefähr gleichzeitig ausgemacht und angemacht jetzt zum beispiel hier sind fünf minuten lang 31 zuschauer es kann auch sein dass da irgendwie fünf leute ausgemacht haben und fünf andere wieder angemacht haben in der zeit das wird so genau nicht dargestellt logischerweise spielt aber auch keine rolle ungefähr zwischen den beiden punkten liegen jetzt liegt jetzt eine viertelstunde würde ich sagen ungefähr piep mal daumen ja ziemlich genau er hat im grunde mehr oder weniger ein zeitfenster von einer viertelstunde um die 40 voll zu kriegen und dann ging es ja nur noch bergab was auch nicht schlimm ist ist egal nicht bestanden und auch nicht schlimm ihr bekommt dann statt vier tutorials bekommt ihr dann halt weniger so viel wie ich lust habe mal gucken vielleicht zwei mal schauen also zwei denke ich mal mehr als diese woche wir wollen ja ein bisschen aufholen vom letzten jahr dann beim firestorm 2 also wenn fast und 1 part 2 hat er nur noch 21 gleichzeitige zuschauer geschafft das war einmal hier aber ansonsten fand ich waren das immer relativ gleichmäßig viele zuschauer so 16 17 18 fand ich gut also aus am anfang da ging es dann langsam bergauf mit den zuschauern obwohl alle die uhrzeit wissen kommen sie trotzdem später ihr wisst ja wie es ist manche kriegen das erst später mit ist nicht so schlimm so und dann haben wir den dritten part ist es der dritte part ja genau haben wir den dritten part mit 18 maximale zuschauer aber auch hier schön gleichmäßig und im chat waren auch relativ immer die gleichen leute beteiligt fand ich gut hat mir gefallen finde ich super ich habe auf jeden fall beschlossen das ganze spiel durchzuspielen und stream werde vielleicht ein bisschen die grinding phasen das hatte der chat so entschieden in dem stream hier irgendwo hatte ich das gefragt egal weil ich habe ich sehr viel gegrindet in dem stream werde ich vielleicht auf screen machen aber da bin ich mir jetzt noch nicht sicher also wenn da irgendwann mal eine richtig harte grinding phase kommt mache ich das auf screen das hat der chat so entschieden so ich bin nicht traurig dass ihr die challenge nicht bestanden habt das ganze war im grunde eigentlich nur ein test für mich und für euch je nachdem wie hoch die bereitschaft ist bei solchen sachen überhaupt mitzumachen es ging auch nicht um den stream an sich ihr hättet auch alle eigentlich direkt hier um 21 uhr als der stream losging hättet ihr alle anmachen können kurze minute warten können und wieder ausmachen können das wäre kein ding gewesen das hätte jeder geschafft wenn das gewollt hätte es ist halt einfach so jeder kann sein smartphone um 21 uhr zücken kann kurz den stream anmachen und ihn direkt danach wieder ausmachen nach einer minute könnt ihr sogar den ton auslassen das wäre vollkommen egal gewesen die zeit hätte im grunde jeder gehabt also fast jeder sagen wir mal 40 leute auf jeden fall habt ihr aber nicht gewollt so einfach war es ist auch nicht schlimm so weiß ich die bereitschaft ich hätte genauso gut sagen können liked alle den stream 40 likes für den stream und sagt hätte ich genauso sagen können wäre genau das gleiche gewesen im grunde das wäre von von der aufgabe her nichts anderes gewesen ob ich jetzt sage drückt auf den einen button oder ich sage drückt auf den anderen button ihr solltet einfach nur auf den knopf drücken und das wolltet ihr nicht tun das war eigentlich im grunde wie gesagt ein test für mich und für euch wie wie viel bereitschaft meine community zeigt überhaupt mitzuarbeiten weil ihr musstet ja wirklich nichts tun wie gesagt es war einfach nur reinklicken von mir aus den ton aus machen handy weg legen ihr konntet ja machen was ihr wolltet ihr das ist halt das ihr musstet ja den stream nicht verfolgen oder so das habe ich ja nicht gesagt ich habe nicht gesagt dass der stream von anfang bis ende 40 zuschauer haben soll das wäre verrückt ähm ja aber ihr wolltet es halt nicht ist auch nicht schlimm vielleicht reichen euch auch die zwei tutorials oder vielleicht interessieren euch die tutorials auch gar nicht mehr habt mit abg maker nicht mehr wirklich viel zu tun und ja ist ja nicht schlimm ich kann damit leben und ich denke mal ihr könnt damit auch locker leben und das war es dann soweit von mir es wird vielleicht irgendwann mal wieder challenges geben die werden ungefähr alle in dem level sein also einfach nur irgendeinen button drücken einen kommentar hinterlassen irgendwas halt irgendwas richtig billiges einfach nur um eure bereitschaft zu testen um mehr geht es dabei gar nicht ob ihr bereit seid im grunde irgendwas zu tun für die community halt in dem fall wollte ich einfach nur die aufmerksamkeit auf vampires dawn wieder ein bisschen lenken und ein bisschen auf vampires dawn drei einstimmen was demnächst rauskommt ähm ja vampire stone 1 die download links etc sind in der beschreibung unter diesem video hier könnt ihr nochmal reingucken wenn ihr wollt oder es halt sein lassen wenn ihr kein interesse an dem spiel habt ähm ja ich sag tschüss nicht schlimm dass ihr es nicht geschafft habt tutorials bekommt ihr trotzdem halt nur weniger es ist für mich auch angenehmer muss ich ehrlich gesagt ich bin jetzt ganz ehrlich es ist für mich auch angenehmer nur zwei tutorials zu machen dann habe ich den rest der woche einfach zeit ähm mich a richtig auf die tutorials vorzubereiten das ist angenehmer für mich ich muss nicht durchhetzen und b kann ich auch ein paar andere sachen machen also ich kann auch mal keine ahnung film gucken oder oder eine serie gucken oder keine ahnung einfach mal ein stream gucken auf twitch youtube oder sonst was mich einfach mal entspannen ein bisschen spiel spielen oder irgendwas und muss nicht jeden tag einfach mal hart an tutorials arbeiten ist für mich entspannter deswegen wollt ihr auch die challenge draus machen seid ihr bereit was zu tun dann bin ich auch bereit was zu tun das war die challenge ok tschüss ich bin weg ich denke mal alle wissen worum es geht und dass ihr es nicht bestanden habt ist nicht schlimm mein gott gibt schlimmeres die nächste chance kommt tschüss